Musik Hier stehe ich nun am Dörnberg, einem der beeindruckendsten Naturkulissen mitten im Habichtswald hier in Nordhessen. Hier haben nicht nur die Segelflieger bei gutem Wind ihr Revier, sondern natürlich ist auch hier die Erholung ein wesentlicher Punkt. Es ist immer wieder schön, hier oben zu sein, bei bestem Wetter, so wie heute einen der schönsten Punkte im gesamten Habichtswald besuchen zu können.